Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Walking Dead hier mit mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind jetzt, beziehungsweise wir haben die Walkie Talkies geklaut. Wir wurden nicht erwischt. Und finden jetzt heraus, wie es weitergehen wird. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Danke, danke, danke. Und sie liegt da auf dem Boden. Oh, ja. Stark war ja auch ein guter. Der war zwar hart am Nerven, aber er war auf jeden Fall ein guter. Ich mochte ihn nicht. Ich fand ihn sehr nervig, aber er war immer gut. Oh, shit. Oh, was ich mit dem Walkie Talkie? Und immer schön mit der Waffe. Was war das? Ich mach's. Ich mach's. Oh, Leute. Leute. Today's gonna be like yesterday. No way. No shenanigans. This rooster's gonna be surveilling your ass every second of the day, you hear? Got that? I'm afraid I need an answer, girl. Yes, sir. Yes, sir. Come on. Oh, you have your pockets all out. Gonna get your tags all snagged on something. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Es ist auch logisch, dass einem Kind traut man das weniger zu als einem Erwachsenen. Also gib es dem Kind. Außer es ist Sarah. Dann lass es sein. Chill. Awww, City Mouse. Was machen wir denn? Verdammt. Wir haben das Walkie-Talkie. Eigentlich wäre es besser, wenn wir mit denen gehen. Mm-hmm. Können wir ihr vertrauen? Ich weiß, dass wir ihr vertrauen können. Ich hab's ja schon mal gespielt. Das ist echt blöd, wenn man das schon alles weiß. Oh, ich hab's noch nie gemacht. Ich probier's mal. Oh Gott. Oh, okay. Verstanden. Sie ist ja an sich irgendwie nett. Sie wurde ja eigentlich von Kara getrieben, das alles zu machen, was sie uns angetan hat. Aber... So hinterhältig, Nahrung zu bekommen, auch noch so viel und dann uns zu täuschen. Das ist hart. Oh, oh, der zieht uns doch... Der hört das doch. Der hört das doch. Nein, wir sagen nichts. Mach doch die Tür zu. Mach doch die Tür zu. Nein, 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 nein. Da sind sie raus, da sind... Da ist irgendwie mal weggegangen. Ich glaube... Scheiße, was muss ich denn hier nochmal machen? Hätte ich das verhindern können? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Was ist denn jetzt... Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Oder... Scheiße, ich kann mich nicht erinnern. Ah, okay, es wäre so oder so gekommen. Tough is all we got now. Get that through your fucking skulls. Luke here, he can't help you now. You gotta help yourselves. You gotta help me find the strength to forgive you. Now you can start. By telling me where the other one is. I'm gonna count to three. Oh, nein, wir haben... If that radio ain't in my hand by then, we'll have to make things more difficult. Ich weiß, was passieren wird. Und jetzt wird Kenny einschreiten. Kenny. Da merkt man... Da merkt man doch, dass er... Scheiße, 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 scheiße. Das sind so Situationen, wo ich... Kenny... Einfach nur liebe. Oh, 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 oh. Oh, Gott. No! Oh, Gott! Gott, 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 Gott. Jesus Christ! Stop! Stop him! Kenny! Stop him! Troy, do something! Clementine! Help me! You have to do this, Bill! Nein, ich werde... Auf jeden Fall... Kenny helfen. No! Stop it! Kenny! Kenny! Komm! What? Oh, shit. What? Oh, mein Gott. Der hat uns voll... Das will ich jetzt nicht sagen. Oh, mein... Gott. Wir haben gerade so eine drauf bekommen. Okay. Okay. No supper for you all tonight. Maybe an empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. Oh, fuck. You need to get him able to move. Because we're leaving tonight. We're leaving tonight. So. Sie möchte jetzt auch raus. Sie hat's auch endlich erkannt. Poco... Oh, 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 oh. Guckt euch das an. Oh, oh, dang it. Voll mit der Waffe eine bekommen. Nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig hart. Aber Kenny, gut, ich mecke jetzt hier gerade rum über Clementine. Aber Kenny hat's auch noch schlimmer erwischt. Aber ich habe das, was ich... Ich sehe Squid und... Und zwar aus dem Apps. Also, ich habe es. Das ist gut. Es ist nicht gut. Was bist du? Schau, ich weiß, dass das meine Bräume ist. Ich weiß. Warum ist es nicht gut? Weil die meisten von uns bin Hardware um zu schule. Oder ghärende. Und es ist riesig. Und ich habe das, nur wie riesig. Das ist riesig. Es ist riesig. Riesig? Ist wie der Son of a Bitch geschrieben, äh, jetzt müssen wir mal gucken, wie das geschrieben wurde. Wenn wir warten, wird noch jemand sterben. Shit. Oh nein. Gott, Kenny. Kenny. Oh, jetzt hasse ich, jetzt hasse ich Kava. Oh, jetzt hasse ich, jetzt hasse ich Kava. Maybe I'm just playing devil's advocate here, but if, dammit, if y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe, leaving some folks behind. Nein. Wegen euch sitzen wir doch hier. This is bullshit. No, we're not leaving Kenny. That's not fair. We stay together. Life ain't fair, Clem. We're just trying to make the best of a bad situation here. Look. No one wants to leave Kenny. Good. Cuz... You won't have to. Kenny? Aww. Aww. I'm all right, hon. We leave tonight. Plan don't change. Not bad, old man. Thanks, asshole. You are one tough bastard. Did tough bastards get their ass kicked in front of everybody? Aww. 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 You all right? That wasn't your fault, okay? It's all right. All right. Well then what now? We get the hell out of here. Like now, now. Yes. Where are we going? In case things get squirrely and we gotta make a break for it. We need a place to meet up. We could meet out at Parker's Run. The hell is that? It's a Civil War site a few miles north. Tourist trap. Got signs all over. Just follow the road. We stop there after we escape the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. All right. That works. Then we just need someone to go set off that PA, right? I mean, you never bothered to explain who's supposed to do that. That's what we're doing. That's what we're doing. Yeah. We're gonna look at each other's hand. Wait, wait, hold on. She's the plan? Why is it always me? Tja, weil's wahrscheinlich in diesem Spiel nur um dich geht. Also, natürlich auch um andere, aber du bist... Hauptcharakter. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. By default it's set to play music. So you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Okidoki. Okay. Be careful. Kenney. Hey. Ich weiß nicht, warum ich Kenney so mag, ne? Ich weiß es nicht. Clem. Make sure you bring Alvin. Oh, ich wünschte. Ich wünschte, das wäre so einfach, Alvin jetzt einfach mitzunehmen. Ach, die macht ja schon alles alleine? Ja gut, ne? Warum nicht? Na, wir gehen auf jeden Fall zu Alvin. Nein. Nein, 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 nein. Er ist doch nicht tot. Also, was mir mal aufgefallen ist, ich verwechsel in diesem Spiel sehr gerne die Reihenfolge. Oder die Abfolge von dem, was eigentlich immer passiert. Ist auch praktisch, dass genau jetzt, also dass genau jetzt, 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 keiner da ist. Okay, was haben wir hier? Nur das. Hallo. Keine Musik. Ich weiß gar nicht, ob wir uns beeilen müssen. Boah, ich bin grad irgendwie... Ich bin grad echt. Ich glaube, wir müssen etwas schneller machen, weil sonst werden wir entdeckt. Komm, 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 komm. Ich wusste es doch, ich wusste es doch, dass er lebt. Komm mit. Alvin, komm bitte mit. Ich will, dass er mitkommt. Ich will, dass er mitkommt. Ich will, dass er mitkommt. Alvin, bitte. Danke. Nein, warum kämpfst du denn nicht, Capitan? Ich will... Oh Gott, ich könnte heulen. Shit. Oh Gott. Warum sind es immer die Guten, die sterben? Oh shit. 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 Okay, wir werden dich jetzt richtig, richtig dran kriegen. Los Kenny. Nice. Was? Es ist sie, dass er stirbt. I am so sorry. Kill him. Rebecca, Rebecca, sweetie, my God. How did we get here, you and me? What? Die ist... Shoot him. Just shoot him. What? Oh, Kenny. Der hat sich mit dem falschen angelegt. Der hat sich mit dem falschen angelegt. No. Oh shit. He только need a minute. Go on. You don't need to see this. That girl's already seen more than you could imagine. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let him do this? Yes. There ain't one part of that son of a bitch I don't hate, Ich gehe, nirgends wie ihm Oh, ich werde, ich werde, ich werde bleiben, ich werde bleiben. Oh, der Blick. Ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Du wirst nichts sehen. Das ist lustig, aus dir. Wie ist das, das? Ich habe meine Sprache. Das wird dich da. Du hast einen schmerzigen Schalb, Kenneth. Ich würde dich aus deinem Misery, dann. Jetzt, du bist ein Biss. Die schmerz du, du bist ein Biss? Boah! Oh! Oh, Kenny! Oh, shit! 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 Oh, das ist okay! Okay, wenn er jetzt nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht, dass er nicht übel wird, obwohl er schwanger ist. Wow! Die hat richtigen, die hat richtigen Hass. Klar! Oh, das wird richtig eklig. Oh, hallo? Hallo? Ich hab auch gestorben. Also, krieg ich da schon. Oh, das wird richtig eklig. Oh, hallo? Hallo? Ich hab auch gestorben. Also, krieg ich da schon. Ich hab auch gestorben. Ob das Sarah jetzt... Ob Sarah das ausfällt? Okay, wir waren halt mal eine lange Folge. Ich hab auch gestorben. Ich hab auch gestorben. Ich hab auch gestorben. Ich hab auch gestorben. Ich gehe zuerst. Du sollst das auf dich selbst stellen? Wir müssen, Sarah. Wir müssen, Sarah. Kommt jetzt bitte. Vornehm ist sie auf einmal da... Oh, sie ist ihr Ärzt gemacht. Oh, hätt bitte auch die Kraft Sarah... I'll get your back Gottemann ist alles kaputt Oh, die Frau ist knallhart, ne? Ich bin zwar kein Mann, aber ich glaube, das tut weh. Sarah, halt bitte die Klappe. Oh Gott. Dass sie uns überhaupt nicht treffen, ne? Oh Gott. Oh nein. Sarah! 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 Sorry, renn, renn, renn! Sarah, hast du... Danke, Sarah. Das war mal... Das war so knall... Das war so knall... Oh Gott. Oh. Da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand! Nein! Ich habe ihr bis jetzt immer die Hand abgeschnitten. Den Arm meine ich. Scheiße. Was soll ich machen? Ich mache diesmal den Kopf. Mit viel Zufallus würde sie jetzt nicht überleben. Und das kann man ja immer noch später machen. Man kann es ja nochmal später machen. Wow. Next time on The Walking Dead. The Walking Dead, Entschuldigung. Oh Gott. Was ist das? Ich habe das. Ich habe das. Ich habe geklekt. Nein, was das hat das Koffer gemacht hat. Ich habe das. Wie sieht das? Ich habe dann noch immer eine Gäste, wenn das herhört? Jetzt habe ich das? Boah, wie ich jetzt gerade einfach meine Faust geballt habe, ne? Wie ich gerade unglaublich angespannt bin. Heftig. Heftig. Okay, beruhigen. Alles ist gut. Heftig. Okay, schauen wir uns mal unsere Entscheidungen an. Und zwar haben wir Sarah geholfen. Ein Großteil der Leute hat Sarah geholfen. Ja, ich habe ihr am Anfang auch geholfen. Dann habe ich ihr gesehen, dass es nichts gebracht hat. Dann habe ich ihr nicht geholfen. Dann habe ich gesehen, dass es auch nichts gebracht hat. Dann habe ich gesagt, toll. Jetzt mache ich einfach das, was ich jetzt denke, was richtig ist. Und ich habe ihr nicht geholfen. Und die ist einfach unfassbar, unfassbar nervig. Das ist, oh, gut. Dass der Vater jetzt erschossen wurde und dass sie geschrien hat, kann ich irgendwo noch verstehen. Das ist einfach ein Schock. Aber dieses Mädchen ist einfach so, so wie Karl. Einfach wie Karl. Jetzt mittlerweile nicht mehr, aber Anfang Karl in der Serie The Walking Dead. Ja. Genauso nervig. Ich finde Karl zum Beispiel sehr nervig. Aber es wird auf jeden Fall mal langsam besser. Wir haben Bonny von Luke erzählt. Das haben echt wenige gemacht. Was ich verstehen kann. Ich wusste nämlich, dass sie uns vertraut. Und beziehungsweise, dass sie nichts sagen wird. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nur gemacht. Ich weiß noch ganz genau, beim ersten Spiel habe ich es ihr definitiv nicht gesagt. Ich wollte einfach nochmal gucken, was passiert, wenn ich es ihr denn sage. Das Dritte hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das viel mehr machen würden. Echt? Aber das war doch eine gute Entscheidung. Ich weiß auch nicht, ob die Daten hier, was sie berechnet haben, ob das überhaupt wirklich stimmt. Keine Ahnung. Wir haben Kenny zugeschaut in der Sekunde oder in der Stunde, wo er Kava getötet hat. Das haben rund die Hälfte auch getan. Also ein bisschen weniger als die Hälfte. Ich weiß auch jetzt nicht, inwiefern uns das beeinflussen wird. Ich meine jetzt in Episode 4 und 5 nicht wirklich. Und in Season 3, keine Ahnung, habe Season 3 noch nie gespielt. Kommt ja jetzt bald raus. Ah, okay. Dann mit Saritas Arm. Ja, also das erste Mal habe ich auch den Zombie getötet. Dann das zweite Mal habe ich den Arm getötet. Dann habe ich den Arm getötet. Dann habe ich da den, wie sagt man, abgeschnitten ist auch falsch. Abgehackt. Arm abgehackt. So sagt man das. Das habe ich auch mal gemacht. Jetzt dachte ich mir so, würde ich den Arm abhacken, dann würde sie ja viel Blut verlieren in diesem Moment. Und ihr wird schwindig werden. Einfach vor allem wegen des Blutverlustes. Und die rein logische Entscheidung ist doch einfach, den Zombie zu töten, damit wir abhauen können und ihr dann den Arm abzuhacken. Nein, theoretisch. Ist beides scheiße, ist beides nicht geil. Kann aber verstehen, warum viele das nicht gemacht haben, warum viele den Arm abgehackt haben. Wie gesagt, habe ich am Anfang auch gemacht oder als zweites. Weiß ich schon gar nicht mehr. Was kommt jetzt? Musik. Ja. Ja, war eine heftige Folge. Bisschen komisch ist, dass ich jetzt nicht wirklich viel gespielt habe. Ich glaube, das sind jetzt nur drei Folgen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Folge, aber ich habe auch mal ein bisschen länger gespielt, weil ich jetzt mal geschaut habe, so, dass hier... Oh, ich muss mal kurz unterbrechen, weil meine Katze guckt die Tür an. Ich weiß nicht, warum. Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht, was da ist. Ähm... Was habe ich jetzt erzählt? Verdammt, das Spiel macht mich fertig. Ähm, ich habe ein bisschen länger gespielt, genau, weil ich gesehen habe, dass jetzt schon bald Season 3 rauskommt. Da muss ich mal langsam fertig werden mit The Walking Dead Season 2. Damit ihr auch schauen könnt, was ich für Entscheidungen gewählt habe und inwiefern das auch dann die Season 3 beeinflussen wird. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich freue mich unglaublich auf das Spiel. Ich habe jetzt die Woche ein bisschen viel Stress in der Uni, habe eine ziemlich wichtige Prüfung, in Anführungsstrichen, die ich jetzt machen muss. Ähm, aber sobald das vorbei ist, habe ich vor, zwei Spiele nebeneinander zu spielen, beziehungsweise aufzunehmen. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe mein Leben noch nie WoW gespielt. Ich fange jetzt an, WoW zu spielen. Äh, mir macht es sogar wirklich Spaß, aber ich glaube, das würde ich nicht aufnehmen. Ich habe noch Michonne, The Walking Dead, Michonne, das will ich auf jeden Fall spielen. Das will ich wirklich auf jeden Fall spielen. Das habe ich noch nicht gespielt, da habe ich mich noch nicht spoiler lassen. Yay, yay, das... Das will ich spielen. Dann The Wolf Among Us, das habe ich mir nur angeguckt, also nicht beim Let's Play, sondern es hat jemand gespielt. Ich saß daneben, habe es mir dann angeschaut. Ähm, das würde ich auch gerne nochmal selber spielen. Ähm, Limbo habe ich mir geholt, war jetzt im Sale. Das habe ich mir auch schon mal angeguckt, aber nicht komplett. Also im Let's Play, das würde ich auch gerne mal spielen. Es gibt ein paar Spiele, die ich spielen würde und vor allem, ich habe mir überlegt, mal Gothic wieder anzufangen. Ich weiß nicht, wie oft ich Gothic eigentlich schon gespielt habe. Oft. Aber das ist so ein gutes Spiel, ich glaube. Ja, das ist es wert, nochmal zu spielen. Das könnte ich auch mal aufnehmen. Ähm, keine Ahnung, ob das interessant ist. Müsste ich mal schauen. Ich habe jetzt irgendwas im Hals. Und, ach natürlich, Alice's Madness Returns, das wollte ich auch noch spielen. Äh, es gibt ein paar Spiele, die ich spielen möchte. Aber vor allem dann, ähm, The Walking Dead Season 3, wenn es rauskommt. Da freue ich mich unglaublich drauf. Schauen wir mal, was ich so alles... Ach, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich spiele das auch, was ich Lust habe. Ich kann doch gerne Vorschläge machen. Ich spiele zum Beispiel gerne ein Bauerspiel. Ich würde unglaublich gerne Dead by Dead Light spielen. Ich glaube nur, das ist so eine Sache wie League of Legends und Overwatch. Wenn du es alleine spielst, kriegst du die Krise. Du kriegst einfach die Krise, weil du irgendwie das Glück hast, nur mit Vollidioten zu spielen. Ja. Deswegen, mal schauen. Ich habe mal schon versucht, ein paar Freunde zu überreden, Dead by Dead Light zu spielen. Aber jetzt ist Civilization rausgekommen. Das spielen jetzt viele von meinen Freunden. Da sind die auch raus. Und, ach, mal gucken. Irgendwann finde ich jemanden, der mit mir das spielt. Bestimmt. Ich hätte auf jeden Fall richtig Lust drauf. Nun gut, genug gelabert. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hätte Spaß. Auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. In der nächsten Folge. Beziehungsweise in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.